Hallo Leute und willkommen zum ersten Infovideo auf meinem Kanal. Falls ihr euch fragt, warum kein Video kommt, hört selbst. Wie ihr hört, brummt es. Und es brummt so penetrant, dass ich es auf keinen Fall so hochladen kann. Deswegen nur ein kleines Infovideo. Und ich hoffe, ich kann euch bald wieder Videos bringen. Bis zum nächsten Mal.